Wir sind in einer der hintersten Ecken des Emmital. Grüß euch miteinander, das ist die Sendung Weiberhaken, die wir euch von einem Eidgenössischen die Berner Schwinger vorstellen. Und in diesem Dorf war man vor drei Jahren völlig aus dem Häuschen, weil in diesem Eidgenössischen gerade zwei Schwinger den Kranz gemacht haben. Damian Gerig und Patrick Schenk. Und zum jüngeren von beiden, zum 25-jährigen Patrick Schenk, schauen wir jetzt vorbei. Während die meisten Berner am Wochenende nicht im Einsatz standen, hat Gurdi Norlik beim basulandschaftlichen den zweiten Rang gemacht. Einzig gegen die Eidgenossen Patrick Rebmatter und Nick Alpiger geht Rubiger nicht als Sieger vom Ring. Zu fest gewinnt der Innenschweizer Eidgenosse Maik Müllestein. Beim Nordostschweizer verabschiedet sich Remo Käser als einzig Berner schon nach dem zweiten Gang. Er verletzt sich bei Niederlage gegen Markus Schlepfer. Untersuchungen zeigen, dass es ein Bandscheibenvorfall ist und der Oberargauer jetzt für sechs Wochen eine Pause einlegen muss. Optimistisch geht Remo Käser vor einer Teilnahme am Eidgenössischen aus. Wir sind hier im Hornbach, Gemeinde Sumiswald. Bei Patrick Schenk zu Hause, wo er aufgewachsen ist, wo er seine Leidenschaft zum Schwingen entwickelt hat. Er hat mir Brunnenwasser aufgetischt. Es lässt sich trinken aus der eigenen Quelle. Richtig. Wunderschönes Zuhause. Wobei, du wohnst gar nicht mehr hier im Hornbach. Du hast ein eigenes Studio in Koppigen. Du bist eigentlich Pendler geworden. Schwingen tust du ja immer noch für einen Schwingen zu Sumiswald. Ja, das ist so. Ich habe in der Schule angefangen. Ich studiere Holzbauingenieur dort. Und auf diesem Grund musste ich in der Nähe in der Schule wohnen. Von hier wäre es einfach zu lang gewesen. So weit. Und ja, weil ich immer noch im Emital alternieren wollte, habe ich einen Ort gesucht, wo ich in der Mitte von allem bin. Also, der Hornbach ist schon noch wichtig für dich. Wie fleissig kommst du noch hierher? Weisst du so, der Bezug zum Zuhause, wo du deine Leidenschaft zum Schwingen entwickelt hast. Wie gross ist der Bezug noch? Ja, der ist schon sehr gross. Ich schaue das hier als mein Zuhause an. Ich komme so viel immer gleich wieder zuhause. Und da immer willkommen. Und von daher ist das einfach mein Zuhause. Und das ist wichtig für mich. Schenkpedal, der Name ist im Fall immer wieder genannt worden. Bei den Schwingern. Wir haben ja schon verschiedene Jäte besucht. Und irgendwie bist du immer das Thema gewesen. Oder fast immer. Und das zeigt, dass du einfach mit allen gut auskommst. Und in der Klasse würde man jetzt vielleicht sagen, du bist der Klasse Pausegelohn. Ja, ob Pausegelohn das richtige Wort ist, weiß ich nicht. Ich bin sicher fokussiert. Oder ich bleibe ernst, wenn ich muss. Das kann ich, glaube ich, gut. Aber ja, egal ob man den ganzen Tag dort. Wenn man einen Witz machen kann, dann sollte man das auch machen. Aber im grossen Ganzen ist das für mich auch wie eine Familie. Die Schwinger-Familie. Und von daher, ja, ich habe es wirklich mit vielen gut. Ja, die verbringen auch viel Zeit zusammen. Ja, sie sind fast Sonntag für Sonntag eigentlich zusammen unterwegs. Also ja, mehr und mehr. Und das verbringt schon ein wenig. Ja, wie es sportlich um ein Schenkpedal steht. Das weiss unser Experte, Matthias Seidersal. Du hast einen Schwinger, der sehr explosiv schwingen kann. Also seine Züge gerade noch gut überraschend ansetzen. Durch das ist er eigentlich fähig, ob und zu Überraschung zu landen. Und auf ihn kann man gespannt sein. Wir sind hier an einem wunderschönen Örtchen. Keine Ahnung, wo genau. Es hat, glaube ich, auch keinen Namen. Aber es sind gefühlte 50 Kurven von deinem Zuhause, wo wir vorhin weg waren. Du kommst ja immer hierher. Du hast mir vorhin gesagt, um Kraft zu tanken oder Gedanken zu kreisen zu lassen. Wie bist du auf das Örtliche? Das liegt ja nicht gerade irgendwo am Weg. Ja, eben. Einmal mit dem Motorrad vor einem Schwingfest. Ein bisschen fahren gehen. Ein bisschen abzuschalten. Ein bisschen hoch rufen. Und dann habe ich das eigentlich für den Text oder den Törf hergestellt, bei der ich geschaut habe. Von hier sieht man ja noch unsere Schür. Und eigentlich auch den Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Und ja, also dann habe ich das so etwas als den Ort angeschaut, einfach für mich für ein Schwingfest oder irgendetwas Wichtiges einfach vorzubereiten, meine Gedanken zu machen hier. Jetzt haben wir noch ein Picknick dabei. Zwei Cockifrasche. Das ist das Einzige, gell? Ja, du bist ja seit drei Jahren Eidgenosse. Mit 22 hast du dann den Kranz gemacht. Also sehr jung. Und das war ein mega Erfolg. Und wie ist das jetzt? Ist das ein Fluch oder Sägen? Weil als Eidgenosse hast du auch die schweren Gegner. Gehörst du zu der Spitzenpaarung an einem Fest? Nein, das ist sicher eher das Eidgenosse. Also das ist etwas, das wahrscheinlich jeder Schwinger träumt, das zu erreichen. Und ja, das ist einfach etwas Spezielles. Und das würde wohl niemand mehr wiedergeben. Aber es hat sicher auch sein. Ich soll sagen, es bringt einfach etwas mit sich. Es ist nicht einfach einfach. Es ist ja... Ja, wir hätten halt die Gegnerstelle anders sein. Wir hätten anders eingeteilt. Es ist einfach... Es läuft schon ein bisschen anders. Es ist ein gewisser Druck gekommen, ja. Aber mit dem musst du umgehen können. Das ist ein Moment. Du hast 31 Grenzen gemacht bis jetzt. Das ist ein beachtlicher Erfolg, würde ich sagen. Es könnte auch mehr sein. Aber ja, ich bin zufrieden. Ja, das Ziel musst du ja immer noch haben. Im Moment ist ja aber gerade Pause. Die Berner-Golverband-Saison ist unterbrochen. Die geht dann Mitte Juli weiter, im oberländischen Zinterlaken. Und was eigentlich die Innerschweizer so machen, dass sie unsere Kollegen von Tele1 schauen. Sie haben das Ausengerschild von den Innerschweizer, den Joel Vicky besucht. Am Joel Vicky kommt, Menge Berner in Sinn, wenn es darum geht, wer ihm im Kampf und die Krone von Zug könnte gefährlich werden. Sicher einer der stärksten ist natürlich Christian Stucki, Bernhard Kämpf, Remo Käser, Kurde Norlik. Das sind die Namen, die sehr überzeugend geschwungen haben. Schon diese Saison, die das Potenzial haben, sicher noch für mich. Aber auch wie ein Eschbacher Matthias. Er hat zwar noch nicht eingenossen, aber er hat auch schon ein paar Kranzfest gewonnen und sicher gehört er auch zu den Favoriten. Der 22-jährige Entli-Bucher gehört selber zu den absoluten Top-Favoriten. Und in seiner Nachbarschaft wohnt mit Matthias Sempach neudings ja auch ein König. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen und ich habe ihn auch schon mal besucht, bei ihm zu Hause, im Bauernhof. Ich konnte ihn natürlich auch von Macklingen her. Er ist auch ein Schwinger-Kamerad geworden, auch von mir. Wir haben es immer gut zusammen. Und was will man mehr, wie ein König im Tal. Die Innerschweizer sind als Team breiter und stärker geworden. Ein erstes Duell gegen die Berne gibt es wie alle Jahre Ende Juli auf dem Brünnig. Und da hat Joel Vicky trotz vier Brünnig-Kränze noch eine Rechnung offen. Denn er konnte das Fest noch nie gewinnen. Ein Schwinger, der Gitarre spielen kann. Da komme ich richtig in Festivalstimmung. Der Schenk-Pädel hat sich das selber beigebracht und hat so lange geübt, bis er die lustige Finger bekam, bevor ich erzählt. Zum Glück habe ich die Blockflate daheim gelassen. Ich gebe dir jetzt nicht die Hand. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt würde ich sagen, wir hören einfach noch etwas. Vielen Dank. Vielen Dank.